Dreckige Luft durch Diesel? Kommen Fahrverbote überall? Lungenärzte bezweifeln Gefahr. Lungenarzt gesteht Fehler ein. Hallo, gut. Fragst du nicht Wissenschaft, fragst du Madame Zora ist besser. Warum? Weil Wissenschaft immer nur hat Hypothese. Hypo kennst du von Hypothek, was ist bissel scheiße, und die These von Prothese, was ist auch scheiße. Nur Karten sagen absolute Wahrheit. Oder Kugel oder Runen oder was immer. Im Prinzip ist es aber einfach. Wenn du Gift rein in die Welt machst, jemand kriegt Gift rein in den Körper und ist dann bald tot. Schlecht. Also klar, weniger Gift, weniger geht tot. Aber wenn du Gift nicht rein in die Welt kostet, dann kaufst du Wissenschaftler, der Bericht für Verwirrung macht, dann musst du nichts machen. Ein paar gehen tot, ein paar gehen sehr reich. Das ist Wahrheit. Diesel fahren, Klimawandel, Ressourcen knapp, Öl, Gas, Kohle, Dings, überall ist die gleiche Sache. Immer ist klar, so wie jetzt geht nicht weiter, wenn Vernunft, aber Mensch, nicht Vernunft, also geht doch so weiter wie jetzt. Und jetzt Madame Zora sagt noch ... ... ... ... ... ... ...